Hallo, heute zeigen wir euch die Installation von dem Raspberry Pi und dem Group Alarm Monitor. Dazu öffnen wir den Blogeintrag Einsatzmonitor zur Einsatzvisualisierung auf Group Alarm kommt und scrollen etwas herunter. Hier findet ihr das Image für den Raspberry Pi. Nach dem Herunterladen des Images können wir dieses mit WinRaw oder 7zip entpacken, um die Image Datei zur Verfügung zu haben. Nach dem Entpacken können wir WinRaw schließen und können das Programm Win32DiskImager öffnen und unser entpacktes Image auswählen, um dieses auf die SD-Karte zu schreiben. Der Schreibvorgang auf die SD-Karte kann einige Minuten dauern. Wir empfehlen hier eine schnelle SD-Karte zu verwenden. Ist der Schreibvorgang erfolgreich beendet, können wir das Programm schließen und rufen dann den Windows Explorer auf. Dort gehen wir auf die Partition Boot, um die WLAN-Einstellung vorzunehmen. Wir entfernen in der Konfiguration die Rautezeichen und tragen unseren WLAN-Namen sowie das WLAN-Passwort ein. Sobald wir unsere Daten eingetragen haben, speichern wir die Datei ab und verlassen den Editor. Danach öffnen wir die Fullpage-OS-Datei, wo die URL für den Monitor eingetragen wird. Dazu öffnen wir den Monitor und kopieren diese URL in die Textdatei. Wir speichern die Datei erneut ab und schließen den Editor. Danach kann die SD-Karte ausgeworfen werden und in den Pi eingelegt werden. Wird der Raspberry Pi an die Stromversorgung angeschlossen, fängt dieser automatisch an hochzufahren. Bei dem ersten Start wird die Partition der SD-Karte auf die volle Größe vergrößert. Danach startet der Pi erneut. Sobald der Bootvorgang beendet ist, startet der Raspberry Pi automatisch den Monitor von Kupalam.com und der Pi ist fertig eingerichtet. Sobald der